Moin Leute und herzlich willkommen, warte, sag mal kurz was. Ja, hallo, schau mal so. Alter, ich bin beeindruckt, ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Also, moin Leute und herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich nehm eine wahre Folge DTD mit Luke auf Moin. Und zwar spielen wir heute auf GOMBEL.NET. Oh, hier lebt wieder nix. Ich hab einen Ping von 23, okay. Schau mal, hier. Geht los, Leute. Was geht ab? In Deutschland. So. Okay, ich hab schon mal. Ich bin ein PvP-Profi, falls ihr es nicht wusstet. Ich habe mindestens seit 20 Jahren kein PvP mehr gespielt. Habe ich seit einem Monat, aber... Wir haben gestern Betos gespielt. Ja, und ich hab verkackt. Nee, eigentlich hat er nicht verkackt, er ist einfach nur gegangen, weil er kein Poffer. Ja, er war nicht verkackt ab. Arschloch. Ich bin kein Arschloch, ich bin ein... Doch. Oh, ich bin halt der Tag... Loll. Alf, komm mal mit. Oh, ich hab's geschafft, denn zwar so alle, ich bin so krass. Wo bist du denn? Ah, da ist Film, hier eins. Ich hab ein... Schönen. Die ganze Zeit tue ich mal einen tollen 6-0-Pack. Warte, er geht in den Tester. Aber er hat mich umgebracht. Der hat seinen Wolf zum Schafpelz. Sag, dass er nochmal rein gehen soll. Er ist, er ist, bringt ihn um. Ja gut, ja nice. GG. Okay. Oh. Hat mich einer weggeballert. So, nächste Runde. So, bist du drin? Ja. Ich fall grad ins Nix. Das ist normal. Ja, warte, als Trader, wenn du ein Inner-Selt umbringst, sind's da auch nochmal. Ey, ich find den ersten Platz sehr seltsam, ne? Wie viel hat der, der hat irgendwie 10.000 Karma oder... Äh, 10.000.000 Karma oder 1.000.000 Karma? Das ist total, versteh ich nicht. Total normal. Ich hab nur ein Pin, das ist Holzschwert. Ich schwimme grad durch Schlafer, Alter. Was ist mir da richtig schwer durch Schlafer? Das wird schwer. Soll ich dir ein Steinschwert bedringen? Oh, das wär voll cool. Nein, ich brenne weg! Was? Gibst du noch? Ich brenne weg, ja. Ich bin, äh, Detective und brenne. Warte, ich hab dir, ich hab ein Dings für dich, Ralf. Ein, ein Steinschwert. Ja. Ah! Ja, so, jetzt brenne ich nicht mehr. Nein, nicht da. Da oben. Und da. Und, sind sie? Innocent. Ach, Schwuchtelkopf. Ach, scheiße! Ha! Was, als ob du bis die Kiste hast? Alter, ich muss die Version wechseln, das geht nicht. Äh, Kiste. Andere Kiste. Ah, ich hab übrigens die Blöcke ausfällt mir vor dem auf. Sei dabei. Ich bin mit den Texturenpack und den Shaders, sieht die Minecraft hier richtig nice aus. Ich bin Innocent. Ich auch. Ich hab übrigens... Ich muss mal Mario oder ein goldes Kart. Ja, spiel' ich hab'n Mario. Ja, spiel'n Mario-goldes Kartos. Ich hatte mal... Leider ist mein 3DS-Pflöten gegangen, das fand ich ziemlich scheiße. Meine kleine Schwester hat das Bild geschrottet. Eigentlich bei Mario-Karten nur das goldene Auto, oder was kriegt man da? Weiß das jemand von euch? Bis zum nächsten Mal scheiße, hab' ich gefallen. Du 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 Bis zum nächsten Mal.